Einmischen bedeutet für mich Subjekt und nicht Objekt sein. Einmischen heißt Selbstbestimmung und damit unabhängig sein. Wie ich, wie wir, meine Community, meine Gesellschaft, unsere Gesellschaften leben wollen, Handlungsräume schaffen und nutzen. Im deutsch-polnischen Verhältnis bedeutet das, dass wir uns nicht von durchaus legitimen historischen Befindlichkeiten treiben lassen, sondern wie wir gemeinsam konstruktiv die Realitäten schaffen, wie wir gemeinsam deutsche und polnische Interessen ausgleichen, um ein zukunftsfähiges Europa zusammen zu gestalten.